Wir wechseln mal die Waffen! Oh, I get us! Okay, mach mal kurz, wartet kurz, Leute, gleich kommt... Ah ja. Go, John! Nice! So, Leute, und zwar... Ich muss das doch leiser machen. Folgende Geschichte, ja? Spec Ops hat gewonnen, ja? Und zwar mit... 7 zu 5 Gegenüber, ähm... Gegenüber Space Engineers. Deine Mutter ist auf dem Bus, Alter! Ich hab grad noch diese blöde Uzi in der Hand. Warte, wir spielen doch auf Hardcore. Leute, Leute, Leute. Shit, shit, shit. Wie kann man sich in Deckung... Ah. Kurz nachladen, kurz nachladen, wartet kurz. Ich muss nochmal hier durch den Ding durch. Ja, macht sie kaputt! Hier, den da! Alle, alle Ziele könnt ihr ruhig Daumen machen, wenn ihr wollt. Okay. Ähm, ich will meine Waffen wechseln. Warum wechselt ihr die Waffen nicht? Warum hat er nur die Pistole in der Hand? Shit. Und was ist mit dir los? Wie er einfach ne Pepsi dabei hat. Ja, Spec Ops hat gewonnen. Ich werde Space Engineers dann erstmal überhaupt nicht machen, weil... Ich komm sonst nicht rum. Es reicht nicht vom... Boah. Es reicht nicht von der Zeit her. Es geht einfach... Es geht nicht. Kann ich das irgendwie machen oder mit der Tür? Umschalt. Yes, brother! Boah. Bei Bliegen, Alter, gell? Was? Drücke Umschalt. Oh. Ich hab ihn exekutiert, krass. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Hm. Oh oh. Was war denn das? Was war denn das? Dammit. Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 32. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole. Sind von Rebellen und Singles. Wollen wir mal. Wollen wir mal anfangen? Hilfe! Kaka! Kaka! Wir brauchen Hilfe! Logo. Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Na, Logan! So. Wie kann ich jetzt meine Waffen wechseln, Leute? Hier ist... Hier... Hier ist ein Fehlerunterlauf. Fuck! Und ihr habt es vielleicht noch nicht gemerkt, aber ich habe es extra für euch auf Deutsch umgestellt. Mir wurde gesagt, ey, hey, das ist doch ein deutsches Spiel. Wir wechseln mal die Waffen! Oh, habe ich das jetzt gemacht, oder was? Mit R? Nee. Mit E? Ah! Mit E! Leute, könnt ihr bitte mal diesen Schniteln lakilen? Danke! Ja, hau die Granate rein, komm! Jawohl! Keine Öse! Da werde ich angerufen! Eine Sekunde! Die Leute riechen das einfach, wenn man aufnimmt. Sie riechen das! Soll ich heute anrufen? Nimm das auf! Nee! Aber jetzt ruf ich auf! So, Leute! Da kenne ich nix, Alter! Counter-Strike! Übelste Reflexe! Puh! Äh, was? Let's... Ah ja, auf weh. Sprintet man vielleicht dann nicht mehr den Eakbox-Controller anstecken, um einfach mal ein bisschen... bisschen fetter hier zu spüren. Leute, was ist denn mit ihm passiert? Alter, was habt ihr getrieben? Ach, die Granate, stimmt ja. Schon echt krass, oder? Was mit so einem Mensch passiert, wenn er von der Granate getroffen wird? Man will es nicht glauben. Ähm... Was haben wir denn hier noch? Wartet mal kurz, ich reihe mal nicht so weit vor, Leute. Hier ist doch immer irgendwas. Guck mal, Flaschen, die kaputt gehen, spricht Übels fürs Spiel. Crazy. Ähm, ja. Naja. Egal, was ich... Wie gesagt, ich hab's auf Deutsch gestellt, ne? Mir wurde gesagt, Alter, das ist doch ein deutsches Spiel, Junge. Also hab ich's auf Deutsch gestellt. Und es hat, wie gesagt, auch die Ding gewonnen, die Abstimmung. Mayday, Mayday, ihr Alpha-Patron, erbitten sofortige Unterstützung. Höhnt uns jemand! Okay. Komm schon, Männer. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. What, what, what? Okay, Leute, Granaten. Gute Idee. Kiel, sie, bevor sie uns ziehen. Okay. Schally ist drauf. Ist am Stessel. Achtung. Verstehen? Plupp. Wie kann ich mich hier... Ah, halt. Ich hab den Schally wieder abgemacht. Oh shit. Warte mal, warte mal, warte mal kurz, Leute. Ich muss mich doch... Plupp. Plupp. Wie kann man denn schleichen jetzt? Ah, hier. So, hallo. Wupp. No aim. Ich bin Mr. No aim. Oh mein Gott. Irgendjemand schießt auf mich. Macht ihr das mal? Leute, macht ihr das mal? Da auf der... Uuuh. Pindes spielen hab so ganz leicht in der Schwierigkeit angezogen. Alles klar. Ich versteh schon. Ja, ja, kennen wir jetzt ja alles schon auswendig. Alter. Schally drauf. Hopp oder so. Leute, ihr müsst hier mal ein bisschen ran. Nehmt mal den da irgendwie aufs Korn. Go. Komm. Wir haben doch einen Scharf schützen. Komm. Watsch. Muss ich hier da ran, hä? So. Easy, Mann. Easy. Eine meiner leichtesten Übungen. Aha. Oh. Warte, warte, warte. Wow. Mit Raketen schießen sie auf uns. Zeit, ja, wahnsinnig. Dann rückt doch immer vor jetzt. Na, ihr seid mir vielleicht schniedelöst. Ich möchte gern vorrücken, Käpt'n. Was? So in einer Hupe? Ist das wahnsinnig? Und bleib liegen! Halt mal da raus! Da kommt noch mehr aus dem Heck raus! Was? Wo? Wo? Glaube ich erst mal nicht. Was halte ich erst mal jetzt für ein Gerücht, bis ich es bestätigen kann? Da ist niemand. Ihr Lügner. Hmhm. Nö, 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 nö. Das Handy! Ich mach's kurz auf laut los. Eine Sekunde. So, was haben wir denn hier? Wo ist noch einer? Hallo. Holt ihn euch, Männer. Knappen dir! Einreifen, Bündel! Ja. Ich decke mich selbst. Was sich jetzt merkwürdig anhört an der Stelle, ne? Öh, krass. Die haben es drauf, die Jungs. Mein Skor und ich sind unterwegs. What, what? What, what? Alter, haben die Swat an? Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich hatte hier den Anzüge an. Alles klar. Ich gehe jetzt mal ordentlich. Ja, ja, ist mir... Ja, ja, Leute. CSGO und sowas, Alter. Ich habe sowas von drauf. Geh mal zur Seite. So, mein Sohn. Gibst du noch? Nee, okay, alles klar. Schöner Vorstoß nennt man sowas. Oh, halt, 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 ich hänge. Es zählt nicht, geh weg. Wow. Okay. So. So, oh Gott, es ist so easy hier mit dem... Oh, erstmal nachladen, nachladen, Achtung. Hüah! Äh. Öh. Dein Mutti ist da drüben in Deckung, Alter. Kein Mutti mehr. No problem, man. No problem. Aha. Hallo? Nein! Der Mutti tötet jemanden. Okay, gut, er hat ihn tatsächlich getötet, sowas kann man ja nicht ahnen. Aber jetzt wird es richtig crazy. Scheiße, ne Geiselnahme. Ähm. Rui, lassen Sie ihn gehen. Ja, er kommt. Schnell jetzt, Rauke. Achso. Äh, ähm. Das war ja eine meiner leichtesten Lebensung hier. Oh shit, bruh. Schnell sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn... ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Ich würde gefragt. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Ach. Ach, so eine Scheiße. Lungur, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Hm. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir Ihnen. Ich will ja nichts sagen. Aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben vier Soldaten getötet und einen weiteren gekidnafft. Okay. Kapitel 2. Die Düne. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, um hier diese Aufnahme-Saison zu beenden. Ich will ganz erst noch schauen, wie man Granaten wechseln kann oder schmeißen kann oder überhaupt irgendwas hier machen kann. Dem Puff. Wie kann ich meinen Feuermodus wechseln? Vielleicht hier? Nee, hier? Nee. Hier? Nee. Ah, auf Zehens, klar. Und Granaten, wo schmeißt man den Scheiß? Hoppala. Naja, ich nehme an, das erfahren wir noch. Also wie gesagt, hier machen wir jetzt wieder einen Schritt für diese Folge. Space Engineers ist jetzt erstmal abgesagt. Und Spec Ops startet jetzt hiermit. Das ist jetzt ja schon die zweite Folge von diesem... Was ist mit dir los, oder was? Wieso meinst du, ich könnte einfach auf meinen Turm kommen? Naja, okay. Also nächste Runde geht's dann weiter, gell? Vom Upload-Rhythmus weiß ich noch nicht, wie ich das genau machen soll. Also ich habe jeden zweiten Tag einen Upload. Das heißt, es gibt Wochen mit drei Videos und Wochen mit vier Videos. Und ich will schauen, dass immer zwei Videos Counter-Strike sind und ein Video eben Spec Ops. Beziehungsweise zwei, zwei in den vier Tageswochen. In den vier Video-Tage-Wochen. Und wie das genau dann aber vonstatten geht. Ob die hintereinander kommen oder nacheinander gemischt. Was weiß ich. Hintereinander oder nacheinander. Was labere ich hier? Das sehe ich dann noch. Also, ich schließe noch kurz den Vogel da ab. Nee, dann hören sie uns ja. Ja, also soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Weil ich noch nicht weiß, wie man Granaten schmeißt. Anscheinend drückt man auf L das Logbuch. Aber mehr weiß ich jetzt aber nicht. Das ist jetzt aber nicht so tragisch. Hier schlägt man. Okay. Gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.